hallo leute ich bin es wieder vor 3 style und ich wollte euch eine neue trainingmotor zeigen und ich habe zu zweit 1.500 mütten und das ist weil ich beta tschech gekauft habe für die prämie leg die ich ab jetzt führen werde hoffe ich und jetzt zu den training tipps also jetzt zu den training tipps also ihr müsst den level auf silber stufen und dann hier auf 500 dreck auch schon suchen das lade ist und jetzt kommen wir hier also ihr müsst auf jeden fall einen spieler über 70 stärke wählen und eine gute position die auch zur formation passt also hier eine gute liga eine gute nationalität muss er habe und dann kommt mir so auf dieser seite ist auch nichts also auf jeden fall muss er über 70 sein hier vielleicht er muss eine gute nationalität eine gute liga haben wie schon gesagt und hier in tuchu also der wenn er ein bisschen tempo hätte wäre vielleicht was wert aber safari der könnte was wert sein für 500 vielleicht können wir ihn für 700 verkaufen werden wir sehen also ich biete mal ihn an naja gucken wir mal weiter der ist auch nichts hier ist nichts weiteres mehr auf die nächste seite so alles keine gute liga also vielleicht 343 der hier denke vielleicht viel gut verkaufen gucken wir mal ich glaube ich glaube es wird langsam zu hoch für mich weil ich habe mich für so viel münzen wegen peter tschech ich wollte ihn unbedingt mal habe ich auch zum schluss gekauft weiter der kennt was wert sein also das passt ich bete mir auch mal und das reicht jetzt erstmal finde ich so wir haben jetzt safari verpflichtet und tavano auch passen 18 sekunden also ich biete den mal an für 600 700 und den hier auch ich weiß es nicht in der guten liga aber den könnten vielleicht verkaufen bei italien so den haben wir jetzt auch verkauft die haben wir auch 500 verpflichtet aber ich glaube ich habe den falsch gekauft weil ich bin ich mir jetzt erst so grad zu mir gekommen und ich bin nicht ob wir den gut verkaufen werden aber mal sehen und ja das reicht jetzt erstmal und bis gleich hallo leute und wir sind jetzt wieder da und wir haben die beiden spieler verkauft safari für 700 und tavano auch für 700 also ganz klasse finde ich probiert es aus jungs hier sind auch noch verträge mit dem kann auch gut handeln und ein weiteres video kommt auch noch von dem hier also abonniert mich dankeschön bei leute